Wahnsinn! Du hast bestimmt großen Hunger? Ja, ein bisschen verkatert und... naja... So, dann hau mal rein. Bist du denn was? Oh, na klar, ja. Es geht mir richtig gut. Super gut. Wie kriegst du es hin? Was? Komm schon, Cass. Ich meine, du isst nie was. Deine Eltern müssen das doch irgendwie merken, dass... Keine Ahnung. Ich kann dich gut leiden, Sid. Okay. Deshalb werde ich es dir zeigen. Man muss viel reden. Ich bin gut im Reden. Das macht man, während man ganz viel klein schneidet. Und dann fragen. Wo ist dein Schülerausweis? Bitte? Dein Ausweis. Hast du ihn? Nein, hab ich verloren. Letzte Woche. Und dann Themawechsel. Das ist großartig. Ich liebe diese Würstchen. Du solltest eins versuchen. Nur zu. Köstlich. Sekunde, du hast mich nicht... Ich lenke dich ab, aber du weißt nicht genau, was ich tue. Ich geh'n Schritt weiter. Das ist lecker. Ich liebe dieses Zeug. Echt köstlich. Du glaubst, dass ich noch mehr will. Und ich wedel es vor dir hin und her, dass du mich nicht mehr ansiehst. Wo hast du ihn verloren? Entschuldigung? Deinen Ausweis. Ich meine, ohne ihn lassen sie dich nicht in die Bibliothek, oder? Ich muss los, oh Gott. Ja. Ich bin sowas von satt. Ich geh' jetzt. Siehst du? Aufgabe erfüllt. Ja, ist beeindruckend. Danke.